Beim ZDF-Fernseegarten am 18. Juni 2023 kam es zu einer Panne. Moderatorin Andrea Kiewel reagierte souverän und ein Kameramann stand kurz im Rampenlicht. Der ZDF-Fernseegarten stand am Wochenende bei hohen Temperaturen passenderweise unter dem Motto Sommer, Sonne, Spaß. Moderatorin Andrea Kiewel empfing bei der Schlagershow Gäste wie Nathan Evans, Francine Geordi oder Linda Hesse. Bei der Anmoderation des Sängers Nick Hauert kam es zu einer kleinen Panne, die aber bei allen Beteiligten für Erheiterung sorgte. ZDF-Fernseegarten Kameramann ist amüsiert beim ZDF-Fernseegarten am 18. Juni 2023 moderierte Andrea Kiewel gerade den britischen Singer-Songwriter Nick. Hauert an, als sie das plötzlich abbrach und ihre Kameramänner ansprach. Warum lacht ihr so? Was ist denn passiert? Habt ihr euch gegenseitig gefilmt? Wollte die Moderatorin gut gelaunt wissen. Ein amüsierter Kameramann mit dem Vornamen Markus wurde gezeigt. Der antwortete, ich müsste nur eigentlich dort drüben hin. Als die Moderatorin erkannte, dass sie im Weg steht, machte sie sofort Platz und scherzte noch ein bisschen. Andrea Kiewel nutzte die Chance auch gleich, sich bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu bedanken. Einen großen Applaus für mein tolles Team, sagte sie. Und diesen Applaus gab es dann auch, bevor wie eigentlich geplant Nick Hauert auf der Bühne loslegen konnte. ZDF-Fernseegarten vom 18. Juni 2023 als Wiederholung sehen Wer den ZDF-Fernseegarten am Sonntag verpasst hat und ihn nachholen möchte, hat in der Mediathek des Senders die Gelegenheit dazu. Dort steht auch die aktuelle Folge vom 18. Juni 2023 als Wiederholung im Stream bereit. Die kleine Panne mit dem Kameramann ist nach etwa einer Stunde und 20 Minuten zu sehen.